Ich komm, Achtung, Achtung, Mettbewerd. Ja, Papa, nein, das ist so zu Kotzug. Ich bin in die Box. Egal, kapitzt dich. EEEEEEEE! Was machst du denn? Warum muss ich denn in die Box? EEEEEEEEEE! Was machst du denn? Ich fahr doch ganz normal grad. Ich sag doch, ich fahr da links! Ich fahr doch ganz normal grad. Alles kaputt! Ich fahr in die Box rein. Was machst du denn? Ich ruf doch, ich fahr links vorbei. Team Haas nickt sich selbst. Warum fahrst du denn da links dabei? Vielen Dank. Warum fahrst du denn da links dabei? Ich mach doch extra Platz. Ich sag doch links! Jetzt ist alles kaputt. Man! Du musst in mich rein!